Jede und jeder kennt Bibelstellen, die richtig aufregen und man denkt, das geht gar nicht. Für mich ist das ein Wort Jesu. Jesus sagt, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht. Und ich denke mir so, what? Was hat denn jetzt Religion mit Erniedrigung zu tun? Also ein guter Gottesdienst ist zum Beispiel so, dass du fünf Zentimeter größer rausgehst, als du reingekommen bist. Irgendwann bin ich draufgekommen, dass es so etwas geben muss wie den Fahrstuhl Gottes. Hört sich jetzt komisch an, ist aber so. Und ich stelle mir das so vor. Zu demjenigen, der sich immer größer macht als andere und andere klein hält, zu dem sagt Gott, komm mal ein bisschen runter. Und zu der anderen, die sich nichts zutraut und sich immer klein macht, zu der sagt Gott, richte dich mal auf, komm mal ein bisschen hoch. Und wenn der eine runterkommt und die andere hoch, dann begegnen sich beide auf Augenhöhe. Und nur so ist wahre Begegnung möglich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020